Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu einem kurzen Video begrüßen. Der Jahresbeginn ist ein sehr guter Ausgangspunkt, um sich mit dem letzten Jahr zu beschäftigen, aber natürlich auch vor allem die Fragen zu diskutieren, die Anleger momentan diskutieren, respektive die für uns alle relevant sind, wenn wir uns mit Kapitalmarktanlagen beschäftigen. Zunächst das Jahr 2022 war geprägt von den negativen Inflationsüberraschungen, von sehr starken, falkenhaften Aktionen der Notenbanken, die Liquidität hat sich entsprechend verknappt und wir sehen das hier auch im Ergebnis, Gold konnte sich noch ganz vernünftig halten, plus 0,52%, aber Aktien Europa minus 10,3%. Die europäischen, sorry, die US-Indizes, die Weltindizes, da sehen Sie jeweils die im Dollar mit deutlichen Abschlägen, minus 17, minus 18% und da auch die Anleihen auf Euro abgesicherter Ebene, also ohne Dollar-Währungseffekt, 15% im Minus abgeschlossen haben, war es ein Jahr, bei dem Aktien und Anleihen gemeinsam gefallen sind, daher hat Risikostreuung nicht so gut funktioniert und man musste schon innerhalb der Vermögensklassen eine gute Mischung haben, um die Verluste entsprechend zu reduzieren. Alles in allem, aber auch das muss man sagen, was durchaus ein Jahr wie im Lehrbuch, nachdem wir teilweise Exzesse gesehen haben, auch im Rahmen der Corona-Krise, denken Sie an diese Thematik, die Leute haben sich ein Peloton-Fahrrad gekauft für zu Hause, haben die Aktie erworben und drei Monate später 30, 40% plus. Zoom, Online-Konferenz-Software, großes Thema, die Aktie gekauft, 40, 50% im Plus. Denken Sie an die Immobilienmärkte, teilweise immer noch 40% über dem Level, was wir im Januar 2020, also vor Corona hatten und auch damals war man ja schon der Meinung, dass vielleicht betriebswirtschaftlich das einige oder andere etwas arg teuer geworden ist. Da hat sich an den liquiden Märkten vieles nivelliert, wir haben es gesehen, dieser Gleichlauf von Aktien und Anleihen, aber wir sehen vor allem auch innerhalb des Aktienmarktes, dass das, was man erwartet hätte, wenn man eine geänderte Notenpolitik vorhergesehen hätte, dann hätte man erwartet, dass sich Anlagestile, bei denen sie Aktien so gewichten, dass sie eher auf Bewertungskennzahlen achten und defensiver bewertete Aktien nehmen, sogenannte Value-Aktien in der Ausprägung, niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis, niedriges Preis-Buch-Verhältnis, die hätte man gewählt, die sehen Sie hier eben in Schwarz und da sehen Sie eben mit Währungseffekt minus 5%, also alles in allem kein schlechtes Ergebnis, nicht wirklich spektakulär. Wir sehen aber auch das Thema, wenn sie Aktien gewichtet hätten, um die Volatilität zu reduzieren, ein Minimum-Volatilitätsansatz, also wenn Sie wollen Portfolio, theoretisch Aktien mit unterschiedlichen Korrelationen so kombinieren, dass sie das Risiko reduzieren, dann hätte man auch ein gutes Ergebnis erzielt, minus 5% und da sehen Sie schon die Abweichung zu den sehr beliebten Themen, denken Sie an Apple und Co., also alles was hier unter Qualität, also mit hoher Profitabilität, hohen freien Cashflow-Renditen in Relation gesetzt, die haben eben nach Jahren der Dominanz dann sehr schwach abgeschnitten, also all das, was man erwartet hätte, wenn man eine Zinswende antizipiert hätte, dass eben defensive Titel sich besser halten, dass Value-Titel und auch dividendenstarke Titel, weil Dividenden sind nur ein Derivat der Value-Anlagestile, sich besser performen. Also am Ende des Tages, die Exzesse, die man in 2020 und 2021 gesehen hat, die wurden in den liquiden Märkten zum Teil ausgepreist, weil eben diese gehypten Aktienwerte teilweise 80, 90, 95% im Minus sind, denken Sie an diese ganzen Themenfonds, Innovation, Internet, Digitalisierung 4.0, Mittelstand 3.0, also dir hat es doch viele Sachen zerrissen, irgendwo so zwischen 35 und 80, 85% im Minus, also Normalisierung, was die Geldpolitik betrifft, nicht wirklich überraschend, nur das zu timen war schwierig, aber wer es geschafft hat, diese Exzesse in 2021 zu antizipieren, es vielleicht auch ausgehalten hat, in 2021 schon etwas defensiver zu agieren, nicht einfach alles blind zu kaufen, mit der Hoffnung darauf, dass Zinsen nie mehr steigen, der konnte sich doch hier den ein oder anderen Schmerz ersparen und blickt jetzt natürlich von einem gesünderen Kursniveau entsprechend hier nach vorne. Insgesamt die Perspektiven für ein gemischtes Portfolio aus Aktien und Anleihen nach diesem Horrorjahr 2021 so gut wie in den letzten 10 Jahren nicht mehr, weil wir eben an den liquiden Märkten Risiken wieder beachten, sie werden wieder deutlich besser bezahlt, also kann man ein besseres Rendite-Risiko-Verhältnis erwarten, als wir das zu Beginn des Jahres 2022 gesehen haben, also das die positive Nachricht. Wenn wir dann auf die Anleihen blicken, als Anlageklasse, ja auch deutlich größer und auch heterogener als der Aktienmarkt, Sie wissen, die Aktien gibt es im Regelfall immer nur eine, vielleicht auch mal zwei Gattungen, also Vorzugsaktien und Stammaktien, aber gucken Sie sich mal an, wie viele verschiedene Anleihen die Unternehmen ausgeben, Restlaufzeiten, Ausstattung und ähnliches. Und hier sehen wir bei den Anleihen auch sehr schön, wenn Sie mal Unternehmensanleihen betrachten, da ist die Restlaufzeit relativ hoch, weil diese Indizes sind auch marktkapitalisierungsgerichtet berechnet, das heißt, die Restlaufzeit wurde immer höher, die Kreditqualität wurde immer schlechter, das heißt, das, was viele als Vergleichsmaßstab genommen haben, hatte immer mehr Risiko. Also auch hier hat es sich ausgezahlt, etwas mitzudenken, nicht nur auf den Fonds oder den ETF zu blicken, sondern den zugrunde liegenden Index und da sehen Sie schon, okay, minus 8,5%, ein historisch schlechtes Ergebnis, aber wenn Sie dann deutsche Staatsanleihen nehmen, kurze Restlaufzeit, kaum Kreditrisiko, dann sehen Sie, naja, minus 0,99% im Gesamtjahr, das war jetzt nicht wirklich ein großes. Thema hatten Sie Variabelverzinse-Unternehmensanleihen, also schlechtere Bonität als Bundesanleihen, aber kein Zinsänderungsrisiko, weil auch Variabelverzins, typischerweise vierteljährliche Anpassung, da sehen Sie eben hier 0,48% minus im Kalenderjahr 2022, das war nicht so wild. Und wenn Sie einfach einen Index gekauft haben, der Laufzeiten gemischt hat, 1 bis 10 Jahre, dann hatten Sie eine relativ lange Restlaufzeit, da gab es 18% auf die Mütze. Also auch hier, man hat schon gesehen, wer sich nicht voll auf dieses, die Zinsen werden nie mehr steigen, weil die Schulden sind ja so hoch, Thema eingelassen hat und differenziert hat zwischen Nominalzinsen und Realzinsen, also real unter Berücksichtigung der Inflation, weil nominell können Zinsen steigen, aber real sind sie ja gar nicht so großartig gestiegen. Ja, natürlich auch 2% von minus 1 auf plus 1, das ist natürlich auch eine Riesenbewegung, wie wir an den ganzen gehypten Segmenten auch sehen, aber alles in allem natürlich ein Riesenunterschied, ob man kürzere Restlaufzeiten hatte oder ob man einfach nur auf den Indizes lang geblieben ist und von daher muss man auch sagen, der ein oder andere Manager, der jetzt sagt, ja, das war mit der Ukraine der Krieg und die Inflationsüberraschung, man hat es ja nicht kommen sehen, da sind schon immer relativ viele Ausreden dabei, weil sowohl auf der Anleihenseite muss man sagen, man wusste, dass Anleihen aufgrund der negativen Renditen da einigen Ballast mit sich rumtragen, der wurde jetzt eben sehr, sehr schnell über Bord geworfen und nicht über einige Jahre, bis zur Fälligkeit der verschiedenen Anleihen, auch im Aktienbereich muss man sagen, naja, freie Cashflow-Renditen von vielleicht 2,5% sind vielleicht doch etwas wenig und natürlich sind Apple, Microsoft und Co. tolle Unternehmen, aber die waren vielleicht auch ein bisschen hoch bewertet, aber auch das war etwas, was man ja sehen konnte, wenn man es sehen wollte, nur diesen Zeitpunkt zu antizipieren, das ist natürlich schwierig, weswegen es ja auch wichtig ist, sich zu überlegen, wie will ich positioniert sein, nicht einseitig zu wetten, sondern man konnte ja eben diese Bewertungsthemen ja durchaus ein bisschen reduzieren, wenn man zwar marktabhängig investiert hat, aber eben etwas mehr Value oder etwas mehr Substanz, respektive Dividendenstrategien berücksichtigt. Also auch das natürlich das Thema für vorne, nach vorne blicken, was lernen wir daraus? Indizes sind weder gut noch schlecht, sie haben eine gewisse Berechnungslogik, sie fallen nicht vom Himmel und nur weil sie allgemein anerkannt sind, heißt es nicht, dass sie immer der vernünftigste Referenzpunkt für eine Anlagestrategie sind. Wenn zu ihrer Anlagestrategie es besser passt, nur Investmentgrade Bonität zu halten und Restlaufzeiten von bis drei Jahren, weil das beispielsweise ihrer Liquiditätsplanung entspringt, dann ist das eben sinnvoller, als einfach einen Index zu berücksichtigen, der vielleicht sieben Jahre Restlaufzeit hat. Also von daher auch das ein wichtiges Thema, auch jetzt nach vorne hin, nicht blind auf die höheren Renditen schauen, auch hier Risikobewusstsein ist wichtig, die Indizes betrachten, die Referenzbenchmarks, ihre aktiven Fonds berücksichtigen, um hier zu schauen, wie will ich mich insgesamt positionieren. Alles in allem positiv gesehen, das müssen wir mal festhalten, während es noch vor dem Zinsschock so war, dass sie für ein Ziel von 3% Rendite mussten sie, wenn man großzügig angenommen hat, dass Anleihen 1% gebracht haben, dann mussten sie ungefähr 60% in Anleihen investieren, bei einem Prozent ist es ein Ergebnisbeitrag von 0,6%. Sie brauchten 40% in Aktien mit einer Zielrendite von 6%, um mit dem Ergebnisbeitrag von 2,4% auf 3% Rendite zu kommen. Das heißt aber, 40% mussten schon mal in etwas laufen wie Aktien, wo sie keine genaue Renditeprognose abgeben können. Heute muss man sagen, die 3% können sie nur mit festverzinteten Wertpapieren erzielen. Das heißt, Planungssicherheit deutlich höher, Inflation ist allerdings auch höher, Stichwort Realverzinsung, von daher kommen auch Anleger nach vorne blicken, nicht um Risikostreuung umhin und müssen natürlich auch Sachkapital wie Aktien, wie Kapitalanlage, wie Private Equity, Infrastruktur in ihre strategische Vermögenstruktur integrieren. Nur, auch da ist es natürlich wichtig zu schauen, wie mache ich das? Wo sind die zurückkommenden Marktpreise bereits in den Kursen berücksichtigt? Wo sind sie es noch nicht? Weil man sieht ja auch bei den Schließungen von teilweise Strukturen, Sie kennen alle diese Blackstone-Produkte, die jetzt groß durch die Presse gingen, 130 Milliarden Volumen, keine Rückgaben mehr möglich. Klar, weil der Fonds weist ein Plus von 10% aus. Und dann sagen Anleger natürlich, klar, bei plus 10% im Kalenderjahr 2022, da gebe ich doch mal meine Anteile zurück, weil ich glaube nicht, dass die Immobilien dieses Jahr wirklich 10% gestiegen sind. Also müssen solche Produkte geschlossen werden. Das bedeutet natürlich, egal ob sie in verbriefte Produkte investiert sind, Immobilien, Private Equity, offene, geschlossene Immobilienfonds oder ob sie auch selbst direkt Immobilien halten. Da muss man natürlich mal schauen, was ist bereits eingepreist, was ist noch nicht eingepreist. Aktuell der Markt ja eingefroren. Das heißt, die Preise auf Immobilienscout24 und den anderen Plattformen, die sind natürlich Nonsens. Man muss wirklich schauen, was werden die nachhaltigen, bezahlten Kaufpreise sein. Und da glaube ich, da ist ein Rückgang von 4-5% nicht realistisch, sondern bei der Zinsbewegung wird man vom Hoch, was man sich vielleicht im Herbst 2021 schön gerechnet hat, vielleicht eher mal 20-30% abziehen müssen. So zumindest das, was wir momentan bei den Transaktionen sehen, die Kunden von uns vornehmen. Aber alles in allem Hand aufs Herz. Immer noch, selbst wenn die Preise von heute nochmal um 20% fallen, auf Sicht von 12 Monaten, und sie blicken in 12 Monaten, 12 Jahre zurück, dann hatten sie dann immer noch die besten Jahre, die wir am deutschen Immobilienmarkt jemals hatten. Also von daher, kein Grund zur Traurigkeit. Manche Buchgewinne waren vielleicht ähnlich wie bei der Rolex oder was man sich sonst im Internet da zusammen recherchiert hat. Das waren vielleicht nicht immer die Preise, die man auch realisiert hätte, wenn es wirklich mal dazu gekommen wäre, dass man sagt, hier ist die Uhr, gib mir mal das Cash. Also da sind auch schon die ein oder anderen Fantasiepreise natürlich dabei gewesen. Das hat sich nun korrigiert. Wie geht es nun weiter? Da ist das natürlich ganz spannend, auch beim Gold. Wichtiger Punkt, Sie sehen das hier, Gold in Dunkelblau, in Euro, in Türkisblau, in Dollar. Und da sehen Sie eben auch, im Dollar sehen wir nach den großen Enttäuschungen, nach den Preisrückgängen, nach der Tatsache, dass Gold keinen Inflationsschutz geboten hat, sehen wir, dass es im Dollar nun nach oben geht. Aber im Euro, aufgrund der Euroerholung, sehen wir eben, naja, da sind wir eben mit dem Goldpreis immer noch auf einem Niveau, was wir natürlich eben auch schon vor längerer Zeit mal hatten. Wenn Sie hier auch mal nach links weiter zurückgehen. Also von daher, auch Gold, wie gesagt, immer bitte mit in Währung rechnen, weil gerade auch momentan in vielen Medien sehen Sie oft, was ist aus 100.000 Euro geworden? Und dann sehen Sie dann oft Gold in Euro, also mit Währungseffekt, gegenüber US-amerikanischen Aktien ohne Währungseffekt. Und auch diese ganzen Ranglisten, was wurde aus 100.000 Euro im Gesamtjahr 2022, das ist natürlich ein bisschen unsinnig, weil Sie müssen das Ganze Risiko gewichten. Also sprich, wie stark schwankt etwas auch? Und da macht es natürlich keinen Sinn, Gold in Dollar mit einem Geldmarktfonds in Dollar zu vergleichen, weil Gold schwankt natürlich viel, viel stärker. Sie müssen, wenn Sie Aktien global anschauen, müssen Sie auch die Währungseffekte vergleichen. Also da ist manchmal auch ein bisschen Schmuh dabei, deswegen immer ganz genau schauen. Äpfel mit Äpfel vergleichen, A, was die Währung betrifft, aber auch B, natürlich, was die Schwankungsintensität hier entsprechend angeht. Aber blicken wir nur nach vorne, der große Punkt, wie soll man sich jetzt positionieren? Und man muss sagen, eigentlich ist alles recht simpel. Wir blicken hier mal auf die Leading Economic Indicators für die USA. Und da muss man sagen, vereinfacht gesprochen, wenn wir hier unterhalb dieser schwarzen und roten Linie sind, dann ist die Rezession ist quasi sicher. Tja, okay, so ein Indikator kann sich irren, ist aber ein zusammengefasster Indikator, also schon mal ganz gut. In der Vergangenheit auch eine ganz gute Trefferquote, wie Sie hier entsprechend dann auch sehen. Also, den könnte man noch befragen. Naja, zum Beispiel die Unternehmenslenker. Also hier mal das Vertrauen der CEOs, also der Geschäftsführer in Vorständen, was die Erwartungshaltung betrifft, bezogen auf die USA. Da sehen Sie im Endeffekt, das fällt hier natürlich eine Klippe runter. Also das ist natürlich negativ und die müssen es doch am besten wissen. Was gibt es noch? Klar, Notenbankliquidität. Vielleicht wurden die Märkte in 2022 noch etwas gestützt, weil noch die Überschussliquidität aus 2021 nachgewirkt hat. Jetzt 2023 kommt dann vielleicht wirklich noch mal das volle Liquiditätsbrett im negativen Sinne. Eben die Verknappung aus 2022 wirkt in 2023. Und dann haben wir hier einen Indikator von Nordea und MacroBond und da sehen Sie in türkisblau sehen Sie die Trailing, also die reporteten 12-Monats-Gewinne. EPS ist Earnings Per Share, Gewinn pro Aktie. Das geht ja auch wieder ins Kursgewinnverhältnis mit ein. Und dann sehen Sie im Endeffekt so einen Liquiditätsindikator und da sehen Sie, dieser Liquiditätsindikator führt die Unternehmensgewinne ungefähr um 18 Monate an. Und wenn Sie das betrachten, wir es auch erwarten, hier Unternehmensgewinne nach unten. Das heißt also höhere Renditen, okay, das weiß man, Gegenwind für die Bewertungen, aber jetzt auch noch fallende Gewinne. Das große Problem ist, momentan schreibt und sagt jeder das Gleiche. Also sprich, während Anfang 2022 alle noch relativ positiv waren, ein bisschen Gegenwind von den Notenbanken, aber solide Gewinnsteigerung, alles in allem normales Aktienjahr, 6-7%. Also so eine Prognose, wo Sie ja nie groß daneben liegen können, weil Sie immer so einen Durchschnittswert ansetzen. Die war natürlich total falsch. Es stellt sich die Frage, sind die Analysten diesmal treffsicherer? Ich glaube nein, weil was mich momentan stört, ist, dass momentan alle, da sie auf die gleichen Daten blicken, zum gleichen Konsens kommen. Die Rezession ist sicher. Die Frage ist nur, wie tief und andauernd wird sie? Viele warten auf die Rezession und glauben dann im Q2 vielleicht dann günstig Aktien einsammeln zu können. Aber wenn das momentan viele erwarten, ist es vielleicht auch schon eingepreist und dann wird vielleicht doch 2023 genauso überraschend, also 2022 hat negativ überrascht, vielleicht überrascht 2023 positiv. Und von daher auch hier der Aspekt, sich klar zu machen, nicht zu einseitig zu positionieren auf Basis von Meinungen, sondern auf der Ebene 1, die Verteilung Aktienanleihen, sauber zu strukturieren, aber auch innerhalb, das ist ganz wichtig, innerhalb der Vermögensklassen Hirnschmalz reinzustecken, weil Sie haben gesehen, da ist die Lücke zwischen kurzfristigen Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen, die war bei minus 0,75 Wertentwicklung und im schlechtesten Fall waren sie bei minus 20 Prozent. Gleiche Vermögensklasse. Deswegen so ein Excel-Kuchen, Aktienanleihen, Verteilung sagt nichts, die Charakteristika sind das Entscheidende. Also wenn wir dann drauf blicken, nochmal Hoffnungsschimmer zum Schluss, hier von der Citigroup rechts dargestellt, der Überraschungsindex für die Inflation und da sehen Sie deutlich zurückgekommen, gleichzeitig der Überraschungsindex, der die realen Wirtschaftsdaten mit den erwarteten Wirtschaftsdaten abgleicht, da sehen Sie Entwicklung nach oben gerichtet und das war etwas, was ich letztes Jahr häufig gesagt habe, achten Sie darauf, inwieweit die Überraschungskomponenten sich ändern und im Optimalfall schließt sich diese Lücke, die ja mal deutlich größer war, positiv, also Inflationsüberraschungen kommen deutlich zurück, Konjunkturerwartungen in Relation zu dem, was erwartet, besser, vielleicht absolut gesehen nicht gut, aber besser als man das erwartet und von daher kann es durchaus sein, dass wir jetzt ein Jahr sehen, bei dem wir an den zinssensiblen Vermögensklassen, Immobilien, Private Equity und ähnliches, noch die Effekte haben, die noch nicht in den reporteten Preisen drin sind, dass wir bei den liquiden Märkten aber schon einen Großteil eingepreist haben, also diese Extremeffekte, Corona, Notenbank, Liquidität, Flutung der Märkte und ähnliches, das haben wir quasi abgebaut, sind jetzt wieder in normalen Gefilden, aber auch die normalen Gefilde, die sind ja nicht so gut abschätzbar, was das Timing angeht, also sprich, Corona-Effekte vielleicht eingepreist, jetzt normale Welt, normale Welt war aber auch ohne Corona und Notenbank-Exzesse nicht prognostizierbar, von daher auch hier gilt wiederum, ausgewogener Ansatz in der strategischen Vermögensstruktur und dann innerhalb der Vermögensklassen clever agieren mit den genannten Charakteristika, die wir eben angeschaut haben und im Hinterkopf behalten, wenn alle schreiben, diversifizierte Portfolios aus Aktien und Anleihen hat keine Zukunft mehr, da muss man ganz klar sagen, die gleichen Personen haben 2021 noch gesagt, kann man weiterhin noch machen, die Zinden steigen eh nie und wenn die heute sagen, diese Portfolios haben keine Zukunft mehr, dann ist das eher ein Kontraindikator. Gleiches gilt für die Analystenschätzungen, das ist amüsant, DAX-Prognosen und Co., das ist Infotainment, aber als Anleger, als Anlegerin sollten Sie das zur Kenntnis nehmen, aber die Anlagestrategie daran ausrichten, halte ich doch für sehr wahnwitzig. Also, das sind die wirklich relevanten Punkte, nicht zu sehr auf die Prognosen verlassen, auf die Details blicken, Charakteristika innerhalb der Vermögensklassen und ansonsten gilt auch wahrscheinlich dieses Jahr wieder, die eigene Liquiditätsplanung, finanzielle Risikobereitschaft und ähnliches, das sind deutlich bessere Steuerungsgrößen als das, was Sie als Schlagzeilen in den Medien haben, weil wenn sich die Schlagzeilen anschauen und auch viele Artikel, was man jetzt auch wieder gelesen hat, als Jahresausblicke oder Zusammenfassungen, da muss man sagen, zum Teil ist es sogar fachlich falsch, weil mal Währungen fehlen, zum Teil sind auch Einordnungen vollkommen, Äpfel mit Birnen, also da ist wirklich unheimlich viel Schrott, den Sie lesen und wenn Sie das nicht vernünftig einordnen können und Sie haben vielleicht selbst noch einen Rahmen gebildet von Erwartungen, der einseitig ausgerichtet ist und dann lesen Sie noch, sage ich mal, eher unausgewogene Berichte, dann kommen Sie natürlich ruckzuck in die Tendenz, dass Sie eine Anlagestrategie haben, die dann doch einseitig ausgerichtet ist und dann einseitig ausgerichtet, ich hoffe, das konnte ich Ihnen an der Stelle mitgeben, für einseitige Ausrichtungen gibt es keinen Grund, weil wer sich einseitig ausrichtet, der muss sehr sicher sein, dass er die Zukunft kennt, da das niemand tun kann, bleibe ich dabei, strategische Vermögenstruktur, taktische Quoten, Fehler minimieren, es geht nicht darum, alles richtig zu machen, aber es geht darum, die großen Fehler zu vermeiden und genauso wie man Ende 2021 sagen konnte, viele Bewertungen sind absolut schwachsinnig, viele Tech- und Wachstumshypes sind auch nur dem billigen Geld geschuldet und die Indizes im Anleihbereich sind auch in Sachen Laufzeit und Bonität vollkommen aus dem Ruder gelaufen, genauso kann man auch dieses Jahr sagen, da hat sich vieles normalisiert und das Jahr 2022 darf nicht die Guideline sein für das Jahr 2023 und das soll es auch gewesen sein für heute, ich darf Ihnen nur das Beste wünschen, bleiben Sie gesund, nicht nur für heute, sondern für das ganze Jahr, bis bald, auf Wiedersehen.